Na, da ist aber jemand ziemlich glücklich. Alessandra Meyer-Wölden ist unterwegs auf der Mercedes-Benz Fashion Week in New York. Nicht allein, allerdings auch nicht mit einem Mann. Der wurde ja zuletzt an ihrer Seite in Miami gesehen. Höchste Zeit, sie mal nach dem schönen Unbekannten zu fragen. Total gut aussehen, ein neuer Freund. Das kommentiere ich nicht. Aber danke fürs Kompliment. Naja, manchmal verrät ein Lächeln ja mehr als tausend Worte. Glücklich scheint die 31-Jährige auf jeden Fall zu sein. Jetzt wollen wir aber natürlich trotzdem wissen, wer sie zur Dizigual-Show begleitet. Das ist meine beste Freundin. Wir sind zusammen aufgewachsen. Eine unglaublich talentierte Tennisspielerin aus Israel. Ich habe ja früher auch Tennis gespielt und wir sind zusammen im Tenniscamp von Nipoletieri aufgewachsen und kennen uns, seitdem wir acht Jahre alt sind. So alt sind die Kinder von Alessandra noch nicht. Und genau deshalb hat sie derzeit nur eine Priorität. Ich bin 100% Mama. Meine Kinder sind ja alle noch sehr klein. Und von daher, wenn es was zu berichten gibt, dann sage ich euch Bescheid. Das hoffen wir. Und so lange behalten wir die Begleitung von Alessandra Mayer-Welden ganz genau im Auge. Das hoffen wir. Und so lange behalten wir die Begleitung von Alessandra Mayer-Welden ganz genau im Bind. Das hoffen wir. Und das hoffen wir zum Sie.